Seit jeher ist es Schindler ein Anliegen, die Wege kurz zu halten. Und mit unserem dichten Servicenetz in der Schweiz machen wir Wege auch bei unserem Aufzugsservice richtig kurz. Ist ein Schaden gemeldet, wird das nächste Serviceteam aktiviert. So eine kurze Anfahrt freut die Umwelt und die Fahrgäste, weil es schnell geht und die Ressourcen schont. Damit die Servicewagen nachhaltig ans Ziel kommen, fährt unsere Flotte immer mehr elektrisch und bezieht dafür schweizweit 100 Prozent Ökostrom, weil der kürzeste Weg zu 100 Prozent Nachhaltigkeit unser Ziel ist.